hey leute und herzlich willkommen zurück zu unreal engine heute geht es tatsächlich wo komplett anders weiter wir haben unser wunderschönes haus weggeschmissen für dieses komische ödland hier und da schwebt sogar was in der luft das habe ich noch nicht bemerkt okay was ich gemacht habe ist ihr seht hier unten ich habe das third person template genommen warum habe ich jetzt das third person template genommen ganz einfach ich möchte mit euch einen charakter erstellen ein charakter wie wir ihn hier gerade sehen also diesen hübschen kerl hier wollen wir zusammen entwickeln sozusagen und wie gesagt normalerweise haben wir was importiert also wir haben normalerweise das model importiert hier den character wir haben die materials importiert wir haben das mesh importiert hier sehen wir den mannakel und hier das physics asset skeleton alles haben wir theoretisch importiert genauso wie die texturen wobei das echt eine seltsame textur ist und hier die materials haben wir auch normalerweise importiert aber was ich warum ich jetzt zu diesem template hier gewechselt bin ist folgender grund wir haben hier animations und zwar haben wir hier jump loop wir haben jump end wir haben das heißt wir haben richtige animation das heißt unsere figur ist nachher nicht einfach nur so ein komisches figürchen wie es gerade eben importiert haben was dann halt nur das schwer ziehen kann sondern es kann auch springen und es kann laufen und das sind animationen die ihr normalerweise ja nicht in unreal selbst bastelt sondern importiert und ich hatte leider ein paar lizenz schwierigkeiten logischerweise weil ich kein kostenloses modell gefunden habe was man auch noch hier was auch noch diese ganzen animationen hat deswegen dachte ich mir mensch android kommt mit sowas coole daher warum nicht einfach das benutzen und ja genau an diesem punkt werden wir weitermachen wir werden natürlich unsere ganzen hier sehen wir schon das blueprint hier third person blueprint blueprints third person character das ist ein riesiges ding ich kann es gerade mal öffnen wir sehen es hier haufenweise zeug das werden wir alles nicht benutzen wir werden uns das alles selber basteln und ja wir werden auch diesen gut diesen game und weiß ich noch nicht genau was wir damit machen werden aber wir wollen uns vor allem unsere unsere objekte selbst zusammen basteln das heißt wir wollen auch unsere blend spaces und so weiter erstellen und ja das fangen wir heute damit an wir wollen uns heute mit den inputs auseinandersetzen das heißt wenn wir drücken wollen wir auch das irgendwie der charakter nach vorne laufen kann soweit kommen wir heute nicht wir wollen uns heute nur um die inputs kümmern das ist nämlich alles was passiert ihr geht hier oben auf edit oder bearbeiten normalerweise und dann hier auf project settings so und dann dauert es jetzt bei mir gerade eine weile ok und wir sehen hier unten wenn wir ein bisschen tiefer gehen hier finden wir input da habt ihr noch haufenweise mehr möglichkeiten irgendwas zu bearbeiten aber das einzige was wir hier jetzt machen wollen sind die inputs was das macht das folgende ist in game wenn jemand zum beispiel drückt dann wird eine variable gesetzt auf den wert 1 zum beispiel und das heißt euer charakter bewegt sich dann nach vorne und wenn er wenn er nach auf s drückt dann bewegt er sich eben nach hinten aber dieses er bewegt sich dann das müssen wir erst noch aufsetzen wir müssen die animation und alles noch selber machen das einzige was passiert wie ist heute wir wollen wenn der mensch weh drückt wollen wir eben diese variable in game setzen auf die wir dann später zugreifen werden das heißt wir gehen jetzt hier erst mal her drücken access mapping haben wir schon okay dann machen wir die alle mal weg wollen wir natürlich nicht haben alle weg so ok also ihr habt gesehen es ist zwar schon da gewesen aber wir wollen das ganze jetzt so von hand machen und zwar will ich euch erklären um was es hier geht wir mappen jetzt gerade die verschiedenen achsen das heißt nach vorne nach hinten nach rechts nach links nach oben nach unten wir haben drei dimensionen und jeweils können wir vorwärts und rückwärts gehen und am diese sechs achsen wollen wir jetzt hier eben aufsetzen das heißt wir wollen einmal nach vorne dann wollen wir nach hinten nicht nach hinten nach rechts sorry nach rechts dann wollen wir nach oben und das sind unsere drei achsen ja mit drei dimensionen und jede dieser achsen hat eben eine skala nämlich vorwärts und rückwärts deswegen haben wir hier eben plus 1 oder dann auch minus 1 okay das heißt wir machen hier noch ein minus 1 draus und das machen wir gleich dreimal das heißt hier und hier so also plus 1 und minus 1 und jetzt kommt natürlich darauf an was wollt ihr belegen also wie wollt ihr eure ja eure ganzen sachen belegen hier wir haben jetzt die möglichkeiten gamepad zu benutzen haufenweise möglichkeiten hier sucht euch da am besten das aus was ihr benutzen wollt wie gesagt man muss nicht nur hier auf zwei möglichkeiten zurückgreifen sondern man kann natürlich auch noch eine dritte und vierte machen das heißt mit man kann sich mit w nach vorne bewegen mit es nach hinten bewegen man kann sich aber auch mit pfeiltasten nach vorne bewegen mit pfeiltasten nach mit pfeiltasten zurück nach hinten bewegen und dann gibt es auch die möglichkeiten gamepad nach vorne zu drücken und nach hinten zu drücken und so weiter und so fort also das sind einfach verschiedene ja achsen die wir hier einstellen ich würde euch empfehlen wirklich hier alles zu covern was es so gibt also wirklich alles zu behandeln gamepad tastatur joystick was haben wir noch alles mögliche was euch so einfällt oder ihr lasst einfach den standard drin aber es ist wichtig dass ihr wisst dass sowas hier existiert denn das ist nicht in jedem setting hier kreiert und oftmals werde ich auch mit dem blank project anfangen wollen dann habt ihr hier überhaupt nichts eingesetzt deswegen müsst ihr wissen was hier passiert so wir wollen jetzt hier nach vorne also skala 1,0 das heißt wir haben nach den wert in der variablen nach vorne mit 1,0 drin stehen okay was wir also wollen ist keyboard w und wir wollen nach hinten also minus 1,0 das heißt wir gehen anti nach vorne also das gegenteil von nach vorne also nach hinten und deswegen nämlich es müssen ein bisschen tiefer scrollen hier es so wie gesagt ihr habt ihr noch mehrere möglichkeiten für gamepads und so weiter ihr habt es gesehen das ist enorm viel zur auswahl hier sogar oculus irgendwas motion controller also für playstation müsste dann natürlich auch noch mal alles einstellen da kann man natürlich dann auch noch motion dinge da aufsetzen und so weiter und so fort all das ist wunderbar möglich und natürlich für die mobilgeräte die touchfunktion gesture ps4 steam xbox one android all das gibt wir machen jetzt wie gesagt hier nur die standard dinge nach rechts wäre bei mir d also ich laufe normalerweise immer mit d oder mit pfeiltasten aber mir ist die deutlich lieber wobei man mir ja auch mal gesagt hat esdf ist viel viel besser als wea st aber wer video game highschool kennt ihr seid cool wer es nicht kennt schaut euch auch noch das hammergeil okay nach vorne nach rechts mit d nach links also anti rechts mit a weil wir hier scale eben auf minus 1 gesetzt haben nach oben so wie wollen wir denn jetzt nach oben also wir wollen nach oben gucken das geht hier nur ums gucken also nicht ums fliegen oder sowas sondern es geht darum nach oben zu gucken und ihr könnt ja natürlich auch noch mehr achsen aufsetzen das heißt wenn ihr nach oben fliegen wollt dann habt ihr vielleicht Pfeiltasten hoch und runter dann habt ihr einfach noch eine neue achse das heißt ihr habt einfach es ist ja im prinzip nicht das bewegen sondern hier steht nur nach was in den variablen drin steht also nach oben gucken heißt es hier jetzt bei uns wenn ihr nach oben fliegen wollt habt ihr einfach noch eine achse mehr und wenn ihr nach links gucken wollt instant dann habt ihr halt einfach noch eine achse mehr also wie gesagt ihr habt hier die möglichkeit wie ihr wollt also ihr könnt natürlich euch nach rechts bewegen ihr könnt aber auch nach rechts schauen das wäre dann zum beispiel die pfeiltasten aber ja wir werden jetzt hier nach oben mit der maus benutzen maus und zwar welche achse wollen wir denn haben wir wollen ja hier die x-achse haben und wir wollen bei runter gucken auch wieder maus eigentlich wollen wir beides mal maus x-achse haben das heißt wir brauchen das hier nicht so genau das ist unsere wunderbare unser axis mapping was wir hier gemacht haben und das war es eigentlich von meiner seite auch schon ja also das passt soweit und ja jetzt haben wir hier alles was wir brauchen natürlich können wir uns jetzt nicht mehr bewegen weil eben diese variablen komplett anders heißen aber wir wollen ja eh alles selber machen weil wir wie gesagt auch einen eigenen character haben und wir wollen unsere blueprints selber erstellen verstehen was dabei passiert damit wir es auch immer anwenden können gut ich hoffe es hat euch soweit gefallen und ja wir hören uns beim nächsten mal schon bis dann ciao ciao